und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu den arbeitskalender vorbereitung mit starten wir haben mal keine schwierige map am anfang genommen ich kann nicht mehr so schlagen ich kann nicht mehr so schlagen weil ich komme ich nicht rein ich muss wie drücken um zu schlagen wieso musst du drücken um zu schlagen ja ich weiß auch nicht das ist alles ich kann das auch leider nicht mehr zurücksetzen ich weiß nicht wie das geht keine ahnung jetzt muss das alternative schlagen aus ausmachen alternative schlagen ja einfach unter optionen und ganz rechts unten ganz alternativ schließen ne geht aber noch nicht hast du auch apple gedrückt da muss nichts stehen option es geht wieder ist doch nicht ernst nein wo die flucht beiseite ich bin schon mal andere map okay das andere war doch besser oh das war knapp warum ist die drache hier auf dem web nein 2 mm schafft ha ha gut wundervoll nein das habe ich dann eher ins bluff ran gefahren und runter das habe ich mir mein kaffeebisch auf dem kopf ja kaffee so weg da habe ich nicht gesehen ist offen ich habe es nicht gesehen es ist offen und ich bin wieder zum anfang was war das ich habe keine ahnung ich sehe da überhaupt nichts das war vielleicht ein bisschen toll ein klein bisschen toll nein noch ein klein bisschen toll nicht ganz so doll baby nicht ganz so doll genau vorsichtig ist die mutter der porzellanen kiste ganz besonders wenn die davon hier sind jetzt hast du denkst du angemacht alarm ne scheiße ich sehe nix das ist ein loch aber ich bin aber gerade erst eine minute oder sowas ist doch nicht dein ernst wenn er ist du mich auch in andere loch einschlagen können das war knapp daneben knapp daneben ist auch vorbei abgült abgült gut das wird doch keine abgültung gibt's doch wohl nicht ich mach doch schon so langsam wie ich kann herr jesus bleibt raus wo muss ich denn hier runter zum drachen da war ich doch bin ich ja auch und dann sagt er mir ist mit darüber ich hab da eingeloggt wo bei der 6 das ist die 6 aber wir kommen da nicht hin ich kam dahin ich bin fast dran gekommen und dann hat er mich wieder zurückgeschickt ja siehste ja da ist wahrscheinlich ein fehler aufgetreten jetzt kommt mir mal wieder hier in die ecke ich komme nicht weg da ist wahrscheinlich ein fehler keine ahnung ist sowieso vorbei das hat kein spaß vor knapp daneben gut ich bin drin ist drin okay das ist auf einer seite danke nicht ins loch da ist er einfach nicht rein immer in die falsche richtung ok nicht wegschlagen danke ich bin der rollen der led energie sparmodus aktiviert hier fließt wasser warum auch immer ja ganz vorsichtig gegen den gong oder rüber oder nicht rüber ich krieg das nicht hin mann dieses spiel wird steinig und schwer doch gott sei dank dieses spiel ich habe ob man diese schrägen Ich hasse die Map. Sieht so toll aus, aber ich hasse sie. Oh. Ich kann schon wieder was machen. Nein, roll die vorbei. Eng. Ah, ist natürlich den Ernst. Oh. Yeah. Ich habe den Gong geschlagen. Meine Kraft ist zu stark. Sorry. Super. Haben wir gut gemacht. Oh. Hier darf man, glaube ich, nicht ganz so doll schauen. Karin ist weg. Oh. Mann. Diese Kraft. Wer ist der kleine Hulk? Nein. Options. Ausgestimmtheit. Schlägergeschwindigkeit auch mal wieder runter. Weg. Nee. Hauptschnitts. Scheiße. Bevor gerade sagst du da jetzt nicht rein, du scheiß Ball, den Karls. Ist besser? Weiß ich nicht. Mal gucken. Mal gucken. Die schönen Sakuras sind überall. Oh. 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 Auszeit. Gefährlich. Gefährlich. Alarm. Oh. Alarm. Jetzt muss ich mich daran erst mal gewöhnen. Oh. Alarm. Okay. Nicht zu weit, Chief. Oh. Das war viel zu wenig. Okay. Hallo und Tschüss. Ich wackele noch so von mich hin. So. Gut, da ist ein Schwäger. Okay. Dieser wackelt auch noch. Sehr schön. Da hinten sind ganz viele Gums. Gumm. Okay. Sitzend ist da drüben. Okay. Oh. Haben wir alle drei ganz wundervoll gemacht. Oh, 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 oh. Oh, auf Ecke geknallt. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch. Warum ist hier Wasser unten? Aua. Auf die Ecke geknallt. Oh. Oh, Mann. Fakihane. Fakihane, ja. Schatz. Ich muss, glaube ich, erst mal über den Hügel rüber. Haben wir gut gemacht. Synchron können wir. Oh. Viel zu wenig. Du hattest ja noch weniger als ich. Nein, ich bin Anloch vorbeigerollt. Vielleicht bist du da drin. Ich kann das nicht. Mein Ohr. Du sollst ja auch nicht bis zum Nektum schießen. Mit Liebe. Das war zu wenig Liebe. Kennst du nicht. Hast du vergessen, wie es geht. Das war zu viel Liebe. Dabei hast du schon ein Liebesauspuff. Liebe ist versagt. Das war knapp. Da war er drin. Das war richtig knapp. Safety first. Mhm. Ich hasse es. Warum machen die solche Löcher? Oh. Sorry. Nein! Du hast mich rausgedrängt. First. Na toll. Das habe ich auch noch verkackt. Ah. Habe ich vier Stück gebrucht. Wiiii. Hehehe. Wo wolltest du denn hin? Ja. Ich wollte es ausprobieren, ob das geht. So einfach. Strick rüber. Ja. Sah gut aus. Hat aber nicht funktioniert. Ja. Sah gut aus. War aber nix. Wiiii. Oh. 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 Ich habe meinen Schmeife erhalten. Yay. Oh. Zweiter. Yay. Für die erste Runde gar nicht mal so schlecht. Alter. Kairin hat 62. Und 50 hätten wir schaffen müssen. Alter. Oh. 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 Du musst mich noch mal einladen. Warum? Oh. Ich bin rausgeflogen. Sie hat auf Beenden gedrückt. Oh. Typischer Anfängerfehler. Warum tust du so etwas? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Das war diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Abwensfolge. Tschüss. Tschaui. Tschaui. Als ich die맛 traf.